Das Honor Magic Pad 2 bietet für 600 Euro erstaunlich viel, nämlich ein sehr helles und schickes OLED-Display, richtig gute Lautsprecher und eine sehr lange Akkulaufzeit. Es gibt aber einen Haken. Viele würden jetzt vielleicht denken, dass es am Snapdragon 8S Gen 3 liegt, welcher ja kein Spitzenklasse-Prozessor ist. Aber tatsächlich ist die Leistung ziemlich gut. Nein, die große Schwachstelle ist eine andere. Dazu kommen wir gleich. Doch erstmal möchte ich das wunderschöne Display hier loben. Wir bekommen hier ein 12,3 Zoll Display mit einer sehr hohen Auflösung von 3000 x 1920 Pixel. Somit sieht alles gestochen scharf aus. Ungewöhnlich ist, dass wir zu diesem Preis ein OLED bekommen. Im direkten Vergleich zu LCD-Tablets wie dem OnePlus Pad 2 oder iPad Air sieht man sofort, dass der Kontrast stärker ist und schwarz wirklich schwarz ist. Echt schön. Die Farben sehen auch gut gesättigt aus, zumindest meistens. Im hauseigenen Videoplayer sind Farben übersättigt und das ist echt nicht mehr schön. Das scheint aber ein Problem der App zu sein, denn bei YouTube und Netflix sind Farben klasse. Noch viel ungewöhnlicher als ein OLED in dieser Preisklasse ist, dass das Display bei HDR-Inhalten bis zu 1600 nits hell werden kann. Wir haben in der Tablet-Blog-Redaktion kürzlich alle Premium-Tablets miteinander im Detail verglichen. Und das Magic Pad 2 ist nicht nur heller als das iPad Air, sondern auch heller als das Samsung Galaxy Tab S9 Plus und Tab S10 Ultra. Letzteres kostet 1300 Euro. Tatsächlich ist es in unserem Vergleich sogar grob genauso hell wie das neueste Apple iPad Pro mit M4-Chipset. Auch das kann nämlich bis zu 1600 nits hell werden. Hier kostet die 13 Zoll Version 1500 Euro, also gut zweieinhalb mal so viel wie das Magic Pad 2. Ich habe mit dem Tablet im Zug gearbeitet, während von der Seite die pralle Sonne auf mich und das Display schien und ich konnte trotzdem wunderbar lesen und arbeiten. Das helle OLED ist wirklich ein großes Highlight und zwar nicht nur für diese Preisklasse, sondern insgesamt. Wie gesagt, es ist heller als die Flaggschiffe von Samsung. Und schön ist auch, dass es bis zu 144 Hz unterstützt. Das Display zum Filmeschauen also nahezu perfekt und tatsächlich trifft es fast auch auf die Lautsprecher zu. In unserem Vergleich war es sogar etwas lauter als das 13 Zoll iPad Pro. Doch ist der Bass etwas schwächer und es fehlt im Online etwas an Höhen. Es hört sich also nicht ganz so gut an wie das von Apple. Dafür ist die Tonqualität aber ein gutes Stück besser als beim iPad Air und Galaxy Tab S9 Plus. Gehört also auf jeden Fall zur oberen Spitzenklasse, was die Lautsprecher betrifft. Ich finde die schwarze Version des Magic Pad 2 ziemlich schick, doch hat die weiße Variante auf mich einen eher billigen Eindruck gemacht. Die hatte ich mir auf der IFA genauer angeschaut. Das liegt darin, dass das Gehäuse hier nicht komplett aus Metall besteht, sondern nur der 5,8 mm dünne Rahmen. Die Rückseite ist Plastik. Zwar sorgt auch das für ein mit 555 Gramm relativ leichtes Gehäuse, doch ist die Übergang vom Glas und von der Rückseite zum Metallrahmen nicht ganz so hochwertig verarbeitet wie bei den Flaggschiffen der Konkurrenz. Aber ja, die sind auch teurer. Es fehlen leider ein Kopfhöreranschluss und ein MicroSD-Kartenslot. Ein Fingerprogleser vermisse ich ebenfalls. Stattdessen kann man es bei Gesichtserkennungen sperren. An der rechten Seite hat es einen USB-C-Anschluss und tatsächlich ist es nur USB 2.0. Ich habe über 900 RAW-Fotos von der SD-Karte meiner Kamera auf das Tablet und dann in Lightroom importiert und es hat gefühlt eine Ewigkeit gedauert. Echt schade. Externe Monitore kann man auch nicht anschließen. Vorne sitzt eine 9 Megapixel Frontkamera, die auf jeden Fall gut genug für Videoschats ist. Herausrangend ist die Qualität aber nicht, denn vor allem im Schatten ist schnell rauschend zu sehen. Die 13 Megapixel Hauptkamera auf der Rückseite ist deutlich besser und macht solide Aufnahmen. Und daneben setzt ein LED-Blitz. Im Honor Magic Pad 2 sitzt ein Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 Prozessor mit 8 GB bis 16 GB RAM und einem 256 GB bis 1 TB großen internen Speicher. Es gibt keine Version mit 5G und GPS und NFC fehlen auch. Mein Geekbench 5 und 6 Benchmark-Vergleich zeigt sofort, dass der Snapdragon 8S Gen 3 deutlich schwächer als der normale 8 Gen 3 des OnePlus Pad 2 ist und sogar etwas hinter den älteren 8 Gen 2 liegt, welcher in der Samsung S9 Serie sitzt. Es ist aber leistungsstärker als Mittelklasse-Tablets wie das Samsung Galaxy Tab S9 FE+. Im 3D-Mark Wildlife Extreme Benchmark ist es sogar besser als das Apple iPad 10 und liegt auch deutlich, deutlich über dem Honor Pad 9. Hier könnt ihr aber wieder sehen, dass das Samsung Galaxy Tab S9 Plus und OnePlus Pad 2 etwas besser sind. Im alltäglichen Einsatz hatte ich immer den Eindruck, dass alles schön flott und flüssig läuft. Das gilt insbesondere auch für Multitasking. Der Snapdragon 8S Gen 3 mag also kein High-End-Chip sein, aber die Leistung ist für fast alle Zwecke mehr als gut genug. So ein bisschen an die Grenzen kommt der Chip seit in meinem Spieletest. Ich habe natürlich Fortnite ausprobiert und das läuft tatsächlich wunderbar mit epischer Grafik, da die Auflösung auf 100% und die Framerate auf 60. Dann schaut die Grafik nicht nur richtig hübsch aus, sondern die Framerate liegt real bei so zwischen 45 und 60 FPS, was ich als schön flüssig bezeichne. Setzt man die maximale Framerate auf 90, lässt sich die Grafik jedoch nicht mehr auf episch, sondern nur noch auf niedrig stellen. Dafür bräuchte man dann mindestens einen Snapdragon 8S Gen 2, denn die S9-Flaggschiffe von Samsung können das mit höherer Grafik spielen. Andere Spiele wie Asphalt Unite und Zenless Zero laufen mit höchsten Grafikanstellungen wunderbar flüssig. Ich dachte erst, dass der Stift eine Schwachstelle des Tablets ist. Etwa 24 Stunden lang hatte ich nämlich ein Problem damit. Er hatte immer mal wieder sehr kurze Aussetzer, aber ganz klar Aussetzer. Seitdem kann ich das Problem jedoch nicht mehr reproduzieren und der Stift funktioniert seitdem einwandfrei. Ich weiß also nicht, ob das an irgendeiner App lag, die im Hintergrund offen war oder irgendwas in meinem Studio für Interferenzen gesorgt hat. Aber nach dem einen Tag funktioniert der Honor Magic Pencil 3 hier genauso wie er sollte und zwar wirklich einwandfrei. Er sieht wie ein Apple Pencil-Klon aus und ist nicht nur schön präzise, sondern reagiert auch schnell, ist druckempfindlich und erkennt sogar, wenn man den Stift etwas neigt. Das ist für Schattierung praktisch. Da ich kurzzeitig ja ein Problem mit dem Stift hatte, habe ich sehr, sehr viel damit in verschiedene Notizen-Apps geschrieben. Wie gesagt, er konnte das Problem seitdem nicht mehr reproduzieren und er funktioniert gut. Und deswegen kann ich auch sagen, dass er vor allem für handgriffliche Notizen wirklich wunderbar geeignet ist. Nun kommen wir zu einer kleinen Schwachstelle. Am besten funktioniert der Stift in der hauseigenen Notizen-App von Honor. Hier reagiert er echt wunderbar und sehr schnell. In manchen Apps von Drittanbietern ist aber ein Lag sichtbar, beispielsweise Note Chef 3. Kommen wir zum Tastatur-Cover. Auch das ist nicht die riesige Schwachstelle des Magic Pad 2, aber auf jeden Fall auch kein Highlight. Das Cover besteht komplett aus Kunststoff und schurz zusammengefaltet das Tablet. Und die Tastatur selbst ist super. Ich konnte damit auch gut längere Texte schreiben. Das ist ja bei vielen 12-Tablets so, einfach weil hier die Tastatur groß genug sein kann. Ziemlich schade ist jedoch, dass man das Tablet in dem Cover in nur einem Winkel aufstellen kann. Und noch ist der Winkel etwas zu steil für mich. An manchen Stellen fühlt sich das Cover auch ziemlich billig an. Allerdings kostet es auch nur 90 Euro, was relativ billig ist, denn die Konkurrenz hat deutlich teurere Tastaturen. Ziemlich cool ist übrigens, dass es eine Bluetooth-Tastatur ist, die per Induktion von dem Tablet mit Strom gespeist wird. Es gibt also keine physische Verbindung. Ihr könnt mit dem Tablet natürlich auch jede andere Tastatur benutzen. Schaut mal in die Beschreibung, da ist ein Link mit dem Zubehör, das wir für das Magic Pad 2 empfehlen. Nun kommen wir zur großen Schwachstelle und das ist die Software. Auf dem Magic Pad 2 läuft Android 14 mit der Magic OS Oberfläche in Version 8.0.1. An sich ist die Software gut, eben typisch für Honor und früher auch Huawei. Alle normalen Android-Features laufen wunderbar und Multitasking funktioniert klasse. Zwar fehlt die typische Google-Taskbar, doch hat es dafür unten und von der Seite insgesamt zwei Docs, die ihren Zweck erfüllen. Die große Schwachstelle sind Updates. Es gibt tatsächlich kein offenes Statement von Honor dazu und erst recht kein ernsthaftes Update-Versprechen. Laut einigen Berichten soll es ein großes Versions-Update bekommen und vielleicht bis zu drei Jahre Sicherheits-Updates. Klar, das ist sehr wenig. Samsung verspricht bei ihren Premium-Tablets mittlerweile sieben Jahre lang große Versions-Updates. Ich finde es ziemlich schade, dass Honor hier nicht mitzieht. Das Magic Pad 2 ist vor allem dank des Displays ein richtig schickes Tablet. Und ihr habt es ja gesehen, es kann in vielen Punkten sogar mit dem iPad Pro mitspielen. Und das Display ist besser als bei den teuren Samsung-Flaggschiffen. Aber gut, sie sparen eben deutlich bei Updates und das ist sehr schade. Herausragend ist wiederum die Akkulaufzeit. Ich lasse für meinen Akkutest in meinem HD-YouTube-Video bei Maximaligkeit in einer Endlosscheife laufen. Und in diesem Test kam es auf eine neue Rekordzeit von 13 Stunden. Ist das Honor Magic Pad 2 also ein Tablet für euch? Falls ihr ein herausragendes Medien-Tablet sucht, auf jeden Fall ja. Es bietet ein richtig schickes und sehr helles Display, schön laute und gute Lautsprecher, sowie eine sehr lange Akkulaufzeit. Für ein Entertainment-Tablet echt perfekt. Sogar für Spiele ist es wunderbar geeignet, auch wenn es hier nicht zur absoluten Spitzenklasse zählt. Der Stift ist ebenfalls gut und die Tastatur ist auch solide. Der große Nachteil bleibt, dass es vermutlich nur ein großes Update bekommen wird. Ich finde das wirklich sehr schade und wenn euch lange Updates wichtig sind, ist dies eindeutig kein Tablet für euch. Aber ich finde für die meisten Leute sind Updates nicht so wichtig, außer ihr arbeitet vielleicht für den BND. Ihr werdet es gut 3, 4, 5 Jahre nutzen können. Irgendwann eben nur nicht mehr mit der neuesten Android-Version, aber fast alle Apps sollten trotzdem noch laufen. Ich persönlich finde das Honor Magic Pad 2 nicht perfekt. Es fehlen einige Premium-Features für den Fingerbloglaser, es hat nur USB 2.0, kein gegen Wasser- und Staub geschütztes Gehäuse und eben die fehlenden Updates sind sehr bedauerlich. Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich ausgesprochen gut. Das Display, die Lautsprecher und die Akkulaufzeit sind einfach Spitzenklasse. Würde ich Tablets nicht beruflich testen, wäre das Magic Pad 2 das Gerät, das ich für mich persönlich kaufen würde.